Ich habe eine sehr wichtige Videobotschaft aus Laguna Beach, Kalifornien. Ich verbringe hier nämlich eine weitere Auszeit von acht Wochen. Übrigens, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich hier in Kalifornien bin, Sie würden es wahrscheinlich nicht merken. Warum? Weil meine Firma nahezu auf Autopilot läuft. Ja, obwohl ich seit dem 20. November hier bin, dann läuft alles weiter wie bisher. Unsere Pakete gehen jede Woche mehrmals pro Woche raus. Unsere Mahnungen gehen einmal pro Woche raus. E-Mails werden jeden Tag mehrmals pro Tag beantwortet. Das Joe Girard-Hörbuch wurde produziert, das neue. Websites wurden erstellt, Werbemittel wurden erstellt und auch das Post-Mailing mit der Rouge News Nummer 14 wurde verschickt. Haben Sie wahrscheinlich auch bekommen. Obwohl ich die ganze Zeit hier in Kalifornien war. Aber, Sie wissen ja, der Titel meines Erfolgspakets lautet Nahezu auf Autopilot. Wie Sie Ihre Firma in 31 Schritten nahezu auf Autopilot bringen. Das heisst, die Firma ist nicht komplett auf Autopilot. Ein paar Dinge muss ich hier doch tun. Wie zum Beispiel unsere wöchentlichen E-Mailings. Die habe ich natürlich selber geschrieben, denn ich möchte nicht, dass das ein Ghostwriter macht. Ich mache das selber, habe ich von hier aus gemacht. Das geht gut von hier aus. Oder auch die Gehaltsabrechnungen, die mache ich selber. Denn bei uns gibt es ja bekanntlich den Monatsbonus für jeden Mitarbeiter. Da braucht es den Chef dafür. Und ich arbeite natürlich an besonders wichtigen Projekten von hier aus. Ganz entspannt. Wie zum Beispiel dem neuen Konzept für den Lehrgang zum Rouge Marketing Diplom. Und auch ein paar neue Mitgliedersachen. Ein paar Stufenveränderungen. Ja. Aber eben, alles andere läuft nahezu auf Autopilot. Und jetzt meine Frage an Sie. Wollen Sie auch, dass Ihre Firma nahezu auf Autopilot läuft? Wenn ja, dann meine zweite Frage. Besitzen Sie bereits die Beta-Version meines Autopilot Erfolgspakets? Und wenn nicht, sollten Sie jetzt unbedingt noch handeln. Denn die maximale Anzahl von Beta-Version Kunden ist beinahe erreicht. Ich würde sagen, in ein paar Tagen wird das Formular schliessen. Wahrscheinlich noch bevor ich zurück bin in der Schweiz. Das heißt, jetzt sollten Sie unbedingt noch handeln, wenn Sie es nicht bereits getan haben. Wenn Sie es schon getan haben, Gratulation. Sie werden sich freuen, denn sobald ich in die Schweiz zurückkomme, werde ich weitermachen mit Bonus-Telesenaren und Bonus-Shows exklusiv für die Käufer von dem Autopilot Erfolgspaket. Darauf können Sie sich freuen. Falls Sie es noch nicht bestellt haben, sollten Sie jetzt unbedingt die Chance noch nutzen mit dem Link unter dieses Bildschirm-Displays. Damit dann auch Ihre Firma nahezu auf Autopilot läuft und damit auch Sie dann etwas mehr Freiheiten haben, wie ich das habe, was ich übrigens sehr geniesse hier in Kalifornien. Ich glaube, heute ist es ungefähr 16 Grad, manchmal ist es auch 22, 23 Grad und ich geniesse auch diesen wunderschönen Strand hier in Laguna Beach. Ich wünsche Ihnen nun sonnige Grüße aus Kalifornien. Bis zum nächsten Mal.